Guten Tag meine Damen und Herren, willkommen zum aktuellen CSGO Podcast. Heute geht es um das Thema Ranks und vor allem oder im Speziellen das Thema Unterschied zwischen Matchmaking und Wingman Rank. Was bedeutet jeder Rank für sich alleine, wie stellen die sich zusammen, worin liegen die Unterschiede zwischen diesen beiden Ranks und was man antwortet, wenn man gefragt wird, auf welchem Rank- oder Skillniveau man liegt. Natürlich werde ich jetzt bei diesem Thema oft auf das Rank-System zu sprechen kommen, nichtsdestotrotz bekommt aber das Rank-System selbst sein eigenes Video bzw. seinen eigenen Podcast. Also, Matchmaking und Wingman Rank. Bevor es den Wingman-Modus gab, gab es natürlich nur den Matchmaking Rank. Das heißt, sobald man gefragt wurde, auf was für einem Rank oder auf was für einer Skillgruppe man sitzt, hat man diesen Matchmaking Rank preisgegeben oder eben den von irgendeiner Online-Liga, aber das war doch nie so ganz das Wahre. Also würde ich sagen, weil sobald der andere die Liga nicht kennt oder dort nicht spielt, ist es irgendwie irrelevant. Was uns alle vereint oder gleich macht, war dieser Matchmaking Rank, weil den jeder irgendwie hatte, sobald er lang genug gespielt hat. Das heißt, daran hat man dann natürlich auch den Skill bemessen, der einzelnen Leute oder der neuen Menschen, die man so kennenlernt. Wenn man im Studium oder in der Ausbildung oder auch in der Schule jemanden kennengelernt hat und es sich herausgestellt hat, dass beide das gleiche Hobby, also CSGO, haben, dann war dieser Matchmaking Rank der Skill. Man ist davon ausgegangen, okay, wenn du Silber bist, dann bist du vielleicht auch gar nicht so gut und wenn du Global bist, dann bist du höchstwahrscheinlich besser oder halt sehr gut. Und diese grobe Einteilung ist auch völlig in Ordnung. Das trifft schon zu. Also ich denke, man kann sagen, dass ein Silber-1-Spieler höchstwahrscheinlich nicht so gut ist wie ein Global-Spieler, auch wenn viele Leute behaupten, ich bin eigentlich besser oder manche auch sagen, ich bin eigentlich schlechter, aber mein Team hilft mir immer. Man kann trotzdem sagen, dass diese grobe Einschätzung auf jeden Fall passt. Wenn es dann aber ins Detail geht und man von einem Unterschied zwischen Doppel-AK und DMG spricht, dann wird es schon schwer. Auch bei einer etwas größeren Spanne wie jetzt zum Beispiel Gold-Nova 1 und Gold-Nova 4 kann man nicht so extrem von einem riesigen Unterschied sprechen, wenn man eigentlich auf den eigenen Skill bzw. auf den persönlichen Skill, so nenne ich das, heraus will. Also sprich auf die Leistung des Einzelnen, des Spielers, über den man sich halt gerade unterhält oder der man ist. Und woran liegt es jetzt, dass es im Matchmaking passieren kann, kann, dass zwischen diesen Ranks gar kein so großer Unterschied ist, dass manche Leute plus, minus drei oder vier Ränge breit sind. Die Sache ist eigentlich ziemlich einfach erklärt und ich denke für die meisten auch irgendwie schon im Hinterkopf klar, aber es wird meist nicht eingesehen, warum das so klar ist. Der 5-on-5-Rank ist kein persönlicher oder privater oder eigener Rank, sondern es ist ein Team-Rank. Es geht hier immer um die Teamspiele, um einen Mischmasch aus eurem und dem Rank oder dem Skill der anderen. Alleine der Fakt, dass ein gewonnenes oder ein verlorenes Match mit in euren eigenen Rank reinfließt, in euren persönlichen Rank oder in diese Angabe eben, ist ja schon totaler Quatsch und macht an der Stelle nicht wirklich viel Sinn. Denn spätestens da sollte eigentlich schon jeder merken, dass es natürlich gar nicht viel mit dem eigenen Skill zu tun haben kann, dieses Ranking-System. Sondern, dass es dabei immer um eine Teamleistung geht, denn ein 5-on-5 kann man nicht alleine holen. Natürlich kann man mal ein paar Runden klatschen und vielleicht auch ordentlich reincarrieren. Aber es ist und bleibt ein Teamspiel, gerade eben im 5-on-5-Modus. Ich denke, das ist jedem klar. Es sind noch vier andere Spieler, die mitspielen, die koordiniert mitspielen müssen oder sollten und die auch nicht alle gerade total schlecht sein sollten. Damit ist auch das Aiming und das Movement gemeint, aber vor allem das Teamplay. Wenn ihr keine Teamplayer habt, also mit Randoms spielt oder sowas und die Kacke sind, dann kann man beim Matchmaking-Rank nie im Leben vom eigenen Rank sprechen, zumindest nicht von dem, wie er so feste dasteht, sondern sollte minimal zwei, drei oder gar vier Ränge dazu zählen oder abziehen, von dem Rank, der da aktuell steht. Und erst dann habt ihr so ungefähr eure eigene Skillung. Natürlich kommen jetzt noch ein paar Beispiele, um das Ganze zu untermauern, weil es immer wieder Leute gibt, die scheinbar nicht richtig zuhören oder in ihrem Kopf schon eher ein kleines Gegenargument haben, ohne überhaupt nachgedacht zu haben, worüber ich gerade spreche. Also ohne das in sich einfließen zu lassen. Solche Leute kennt ihr bestimmt auch, die sind dann immer direkt... Ja, aber dann geht's los. Ihr spielt zum Beispiel ein 5-on-5-of-Cash und der Mittyspieler ist kacke. Alle anderen sind ganz in Ordnung, aber der Mittyspieler ist scheiße. Ihr spielt in der Runde A bei Forklift und werdet immer mal wieder von hinten genudelt, weil Mitte nicht richtig gedeckt wird. Das heißt, die Tees kommen bei Mitte irgendwie durch und gehen Highway, sind nicht angesagt. Der Kerl ist vielleicht schon tot und hat nicht angesagt, dass er gestorben ist. Der Kerl sagt nicht, dass er gesmoked ist. Er bleibt einfach bei Zigzag stehen, also im Connector und wartet ab. Und die Leute kommen durch zu euch und klatschen euch ab und an einfach mal von Highway. Sowas fuckt ultramäßig ab, weil man einfach aus der Runde geholt wird, ohne überhaupt seinen Skill entfalten zu können. Das heißt, es ist völlig egal, wie gut oder schlecht du bist. Wenn sich da einer hochsnickt und dir von hinten dann in den Kopf schießt oder dich sogar neift oder sowas, dann ist das ziemlich nervig. Und egal, wie oft man sagt, hey, Mittelspieler, so und so, ihr wisst, wie das ist mit Randoms, ja? Das sind einfach Böcke und dann läuft's halt scheiße. Wenn man die Karte nicht gerade so weit ausgesoomt hat, dass man den sehen kann, dann wird's richtig unangenehm, dann weiß man nämlich nicht, wie der steht. Aber selbst wenn man die Karte ausgesoomt hat, muss man auf mehrere Sachen achten, wie es eigentlich der Fall wäre. Man ist unfokussiert, man spielt nicht mehr richtig. Man guckt ständig Highway, obwohl man doch eigentlich Main gucken soll. Dann kommt diese Situation, dass du gerade Highway guckst, dann geht's quickier auf und du bekommst von hinten einen Headshot. Sowas ist einfach ultra abfackend. Und das liegt einfach nur an deinem Team. Es klingt oft wie ne Ausrede, aber bereits solche kleinen Dinge fucken schon so sehr ab, dass du nicht mehr richtig spielen kannst. Und ja, es ist halt einfach ein Teamspiel. Und da muss das Team dann schon mittelmäßig gut funktionieren. Sonst geht das nicht auf. Sonst kann man nicht richtig spielen. Das gleiche Beispiel gibt's natürlich auch zuhauf auf Mirage. Wie kacke ist es, wenn man bei A auf Firebox deckt als City und der Mittelspieler nichts ansagt. Zum Beispiel schiebt der Mittelspieler einfach weg, ohne das anzusagen. Du stehst gerade bei Firebox und hörst ihn vielleicht Steps in Palace und guckst da hoch und auf einmal macht's bumm und du wirst von der AWP von Short weggeholt. Weil der Mittelspieler nichts sagt, weil er einfach ein Bock ist. Er ist gesmoked und sagt nichts. Die Leute glauben, oh ich bin smoked, ich muss ja nichts sagen. Ich zieh ein bisschen zurück, warte bis der Smoke weg ist und guck dann wieder. Da muss man natürlich ganz klar ansagen, Mittels ist jetzt gerade offen, ich seh nichts. Aber das ist den meisten einfach nicht klar oder sie sind halt zu behindert, ich weiß es nicht. Man sollte glauben oder meint, dass man auf der höheren Elo-Geschichte sowas öfter zu hören bekommt, aber irgendwie war es selbst auf Lem noch nicht der Fall, dass die Leute sowas richtig callen. Also zumindest randoms. Bei Premade ist es wieder was anderes. Aber das Spiel ist eben auch so konzipiert, dass man einfach alleine queuen kann oder zu zweit oder zu dritt oder zu viert. Und ich bekomme immer wieder oder oft genug mit, dass es sogar der Normalfall ist, dass die Leute nicht voll werden. Bei sehr vielen Leuten merkt man zwar auch, dass sie ungern nicht mit einem vollen Team spielen, aber oftmals muss es einfach so sein. Gerade wenn ich unter die Videos schaue oder in die Steam-Gruppe, da gibt es unzählig viele Leute, die kein Team haben, die noch nicht mal richtig viele Mates haben, sondern die eher solo queuen oder eben maximal zu zweit. Und da ist es einfach so, dass man abhängig ist von dem Rest. Man muss darauf hoffen, dass wenn man zu zweit queut, die drei anderen gescheit sind. Zumindest mittelgescheit. Also nicht die Carry Boys hoch 10 und totales krasse Aiming haben, sondern dass sie einfach nur teammäßig gescheit dastehen. Gerade in den höheren Elo-Bereichen ist es so, dass es nicht mehr auf dieses Aiming und Movement ankommt. Das hat da eh jeder. Da ist Teamplay das einzig Wichtige. Und ihr könnt nichts hinbekommen, wenn drei Leute bei euch totale Vollidioten sind. Selbst ein einziger reicht, wie gesagt, aus, um euch ein ganzes Spiel zu versauen. Und dann bekommt ihr ein Loose reingedrückt. Und der zählt in euren Rank. Wie lächerlich ist es, bitteschön. Hier an der Stelle noch kurz für alle Dödel angemerkt, das waren jetzt zwei Beispiele von acht Trilliarden, von unendlich vielen Möglichkeiten. Wie nur ein einziger Mate, der nicht cool ist, dein Spiel zerstören oder zumindest verschlechtern kann. Kommen wir nun zum Wingman-Modus. Da sieht die Sache natürlich schon ganz anders aus. Man ist zu zweit, spielt gegen zwei andere und ist auf kleineren Maps. Man hat immer noch das Objective zu planten, aber es gibt nur noch einen Spot, die ganze Sache ist einfach minimiert. Man ist ja nur noch zu zweit, das ist ja auch irgendwie logisch. Das heißt, Es ist nicht mehr so, dass auf fünf Leuten die Verantwortung liegt, das Spiel zu holen, sondern nur noch auf zwei. Eure Verantwortung wird auf die Hälfte hochgehoben. Man ist nicht nur einer von fünf, also ein Fünftel oder ein Viertel oder ein Drittel, je nachdem wie man spielt, also wie sich die Machtverhältnisse im Team aufteilen, sondern man ist ein Halb. Man ist die Hälfte der gesamten Aktion, die man ausführen kann. Logischerweise liegt da der Skill deutlich näher an dem eigenen Skill, weil man viel mehr selbst machen muss und viel mehr von dir selbst in das Spiel hinein zählt. Es gibt nur deinen Mate und dich. Wenn einer von euch beiden Kacke baut, hat der andere zwar noch irgendwie eine Chance, was zu machen, denn ein One-on-Two ist easy möglich, aber wenn das auch nicht geht, dann hat man verschissen. Man hat also schon mal gar nicht mehr diese Ausrede, ja gutes Team war Kacke. Das Weiteren wird Wingman deutlich seltener Solo gecued. Also die meisten Leute spielen da mit einem Premade und nicht mit irgendeinem Randomdödel. Gerade weil man nur einen Kumpel braucht, einen Freund aufs Team, einen Bekannten und den haben die meisten ja dann doch am Start. Somit ist dieser eklige Randomfaktor bei dem eigenen Team schon mal weg. Das ist schon mal ein viel reineres Gefüge als in einem Matchmaking, wo so viele Faktoren mit reinspielen, die gar nichts mit dir selbst zu tun haben und die dir trotzdem den Rank zerstören können. Um das Ganze jetzt noch einmal von außen zu betrachten. Der Matchmaking-Rang, also der Five-on-Five-Rang, gibt lediglich an, wie gut ihr in einem Team zusammen spielt, also euren Teamspiel-Rang und leider auch noch zusätzlich, wie viel Glück ihr habt mit den Teams, also mit den Randommates, mit den Mates und so weiter und so fort. Wenn ihr sehr pechlastig seid, dann sieht euer Rang nicht so gut aus, höchstwahrscheinlich. Wenn ihr sehr viel Glück habt und immer gute Teams habt oder oft gute Teams habt, dann ist der dementsprechend besser. Man kann also schon sagen, dass der Rang so ungefähr euren Skill widerspiegelt, aber eher in eine gewisse Richtung, wie punktuell. Das heißt, wenn man jetzt sagt, gut, du bist jetzt auf XY, dann ist dein wirklicher Rang plus, minus, ein, zwei oder sogar drei Ränge darüber oder darunter. In dieser Spanne befindet man sich bei Matchmaking, wenn man auf den privaten oder eigenen Rang runter will. Der Wingman-Rang kommt natürlich schon deutlich näher an die eigene Skillung ran, sofern man diesen Spielmodus eben auch ausgiebig gespielt hat. Wenn man sich jetzt nur hat einranken lassen oder generell einfach nur kurz getestet hat und gemerkt hat, ich brauche aber oder ich will aber ein ganzes Team, dann natürlich nicht. Das heißt, ich gehe jetzt hier automatisch von Spielern aus, die beides gespielt haben, die bei beiden eingerankt sind und die beides auch immer mal wieder spielen. Dieser Wingman-Rang ist also deutlich treffsicherer und hat wahrscheinlich so plus, minus, ein bis zwei Ränge Unterschied zu dem eigentlichen privaten Skill. Also wenn man da Tagesform und so weiter mit einbezieht. Am genauesten wäre wohl ein One-Wesus-One-Rang. Wenn es solche Matchmaking-Spiele gäbe, könnte man da wahrscheinlich am ehesten sagen, wie gut jemand ist. Also einfach nur von den privaten Können. Vom Movement, vom Aiming, von Brainplays und so weiter. Das wäre dann wohl am treffsichersten. Zu guter Letzt kommt also die Frage, was sagt man? Wenn man gefragt wird, auf was für einen Rank man steht in CSGO. Wie gut man ist. Wenn dich jemand fragt, wie gut du bist, also so nach dem Motto, ah, du spielst auch CSGO, wie gut bist du da? Dann ist natürlich der Wingman-Rang am zutreffendsten. Wenn man nach irgendeinem Rang gefragt wird und das nach wie vor auf den Skill bezogen ist, dann ist immer noch der Wingman-Rang der bessere Rang. Wenn aber jemand explizit fragt, was man im Matchmaking für einen Rang hat, dann sollte man natürlich den Matchmaking-Rang auch angeben. Man darf nur Folgendes nie vergessen und das soll die Essenz dieses Podcasts werden. Der Matchmaking-Rang kann sehr große Abweichungen zum eigentlichen Spielerskill haben. Dieser Rang ist keine feste Größe, keine stehende Größe, keine statische Größe. Es ist ein dynamisches Konstrukt und hat mit dem Skill des Spielers zu tun, aber auch mindestens genauso viel, genauso viel mit dem Glück, das er hat. Bei der Teamfindung, bei der Gegnerfindung und so weiter und so fort. Und Glück spielt in dem reinen Skill, wenn man nur vom Skill spricht, keine Rolle. Skill bedeutet wirklich reines Können. Also gehen wir mal davon aus, es geht jetzt um Fußball, man spielt gegen eine Torwand, ihr wisst schon, so eine Wand, wo zwei Löcher drin sind, in einem Raum ohne Wind zum Beispiel. Dass man nicht sagen kann, da hat ja gerade der Wind gepustet, eigentlich habe ich getroffen oder sowas, sondern es geht wirklich darum, dass man den Ball da rein trifft, unter recht optimalen Bedingungen. Ohne dass von außen etwas einwirken kann, dass man diesen Kick und die Beinstellung, die Fußstellung und der ganze Scheiß, dass man das weiß, kennt und auch umsetzen kann, um in dieses Loch zu treffen. Und bei CSGO ist es genauso. Es ist bei allem genauso. Das ist dieser reine Skill, dieser hundertprozentige Skill. Natürlich hat man auch in einem One-on-One und auch in einem Two-on-Two immer wieder Glück mit dabei. Aber wenn man die Spieleranzahl runterbricht, dann ist das Glück pro Spieler beziehungsweise das Glück mal Spieler geringer, weil es ja nur noch ein oder zwei Spieler gibt, die mit einem spielen. Und bei dem anderen sind es zehn Spieler oder wenn wir jetzt auf das eigene Team runterbrechen, wir wollen jetzt nicht mehr mit den Gegnern anfangen, da sind es vier andere Spieler, die irgendeinen Scheiß machen können, die dich reinreiten können ohne Ende. Und das ist das Fatale an diesem Matchmaking-Rang. Viele sehen das nicht. Es gibt sicherlich auch einige, die grundsätzlich nur mit Premade spielen. Also Big Wallen und ich haben das schon erlebt, dass wir mit jemandem spielen wollten und wir sind zu dritt in der Lobby und wir wollen starten. Und dann sagt derjenige, warte, warte, ihr wollt doch jetzt nicht zu dritt starten. Leute, sind ja wahnsinnig. Unser Rank geht kaputt. Ja, also für uns ist das ganz normal, dass wir Solo-Cue'n. Wallen-Cue solo für sich alleine, ich cue solo für mich alleine. Gerade früher haben wir das ja hauptsächlich gemacht. Also ich würde sagen, dass ungefähr 70% meiner Spiele nur Solo-Cue-Spiele sind. Bei ihm ist es sicherlich ähnlich. Und da hat man einfach diesen Faktor der Teamfindung. Und das ist halt einfach diese glückliche oder unglückliche Sache. Wie oft hatte ich schon geile Mates? Also jetzt speziell für die Videos. Aber wie verschissen oft hat man schon Hurensohn-Mates gehabt? Vielleicht erinnert ihr euch noch an das vorletzte Full-Match-Making, das ich hochgeladen habe. Das war ein sehr, sehr schlechtes Spiel. Ich habe die ganze Zeit rumgeraged und das war einfach kacke. Eigentlich wollte ich danach noch das nächste Spiel hochladen, was tausendmal schlimmer war, weil ich direkt zwei Leute hatte, die sich am Spawn gedreht haben und so weiter und so fort. Aber ich war da so tilt und so mad. Ich konnte das. Es ging nicht. Also es hätte euch nicht gefallen, weil ich so richtig schlecht gelaunt war. Und nicht lustig schlecht gelaunt, sondern scheiße schlecht gelaunt. Weil ich natürlich währenddessen schon wieder wusste, super. Ich bekomme jetzt hier zwei, drei, vier, wer weiß, was noch passiert, fünf Losers am Stück reingedrückt, ohne dass ich wirklich was dafür kann. In den meisten war ich ja Top-Frager mit, was weiß ich, über 50, 60 Punkten, hatte MVPs ohne Ende und so weiter und so fort. Aber es bringt dir ja gar nichts, wenn dein Team nichts macht. Also wenn ich sage, wenn dein Team nichts macht, dann ist damit manchmal auch nur einer gemeint. Natürlich kann man auch mal auf einen verzichten, gar kein Problem. Aber dann sollte ja auch gehen, dass man einen Bot hat und so weiter. Ihr kennt ja die ganze Scheiße und die ganzen Probleme, auf die man immer wieder trifft, wenn man halt Matchmaking spielt. Auf eure Frage hin, welcher Rang jetzt eigentlich wichtiger ist, also mir wichtiger ist, welchen ich angeben würde, wenn ich danach gefragt werde, ist es, ich denke, ihr könnt das schon erraten, natürlich der Wingman-Rang, der hat für mich auf jeden Fall deutlich mehr mit dem eigenen Skill zu tun, als der Matchmaking-Rang. Der ist, gerade jetzt, wo man diesen krassen Kontrast merkt oder sieht, völlig Pille-Palle. Er gibt schon sicherlich eine ungefähre Richtung an, in die man geht. Das will ich gar nicht bezweifeln. Und ich sage hier auch nicht, dass wenn jemand im Matchmaking-Silber-1 ist, dass er dann im Wingman vielleicht sogar Global ist. Ich auf gar keinen Fall. Wie gesagt, der Matchmaking-Rang ist auf ungefähr plus, minus zwei, drei, vielleicht sogar im Extremfall vier Ränge Unterschied genau. Der Wingman-Rang ist, wenn man es dann spielt, deutlich treffsicherer. Da kann es sehr gut vorkommen, dass jemand, der im Matchmaking auf Gold 4 steckt, im Wingman-Easy ein DMG stehen hat. Oder zumindest Doppel-AK oder sowas. Ruft euch an dieser Stelle nochmal folgendes in den Kopf. Es gibt keine Du-dup-mia-yuppi-haha-nup-fucke-plup-hurensohn-brrrr. Vor allem die Brrrr sind die krassesten, die so ein Headset haben. Die machen den Sprachkanal auf und du hörst Während du gerade in der Situation hast, wo du ganz genau hören musst, wo der Gegner steht. Jaja. Vor sowas ist man im Wingman halt einfach geschützt. Da man mit seinem besten Kumpel spielt oder mit irgendeinem Kollegen, den man halt kennt. Und wo man genau weiß, gut, er ist kein Hurensohn. Läuft bei ihm. Ich bin natürlich gerade wieder bei diesem heiklen Thema sehr auf eure Meinung gespannt. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die das genau andersrum sehen. Ich habe schon Sachen geschrieben bekommen, wie Ja, Wingman spiele ich nicht, weil das ist mir zu Lully-mäßig oder das ist mir zu unwichtig oder wie auch immer. Scheinbar wollen die Leute dann doch lieber dieses Ungenaue, dieses Naja, ich bin so ungefähr dies und das. Wah, passt schon. Passt schon. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du noch mehr Podcasts sehen möchtest, kannst du hier oben rechts im Video auf dieses I drücken. Da ist dann unter anderem die Playlist verlinkt, in der eben alle anderen Podcasts zu finden sind. Des Weiteren müsste auch jetzt, glaube ich, direkt hier über dem Bildschirm ganz viel angezeigt werden. In der Mitte, oben so ein Gesicht von mir und unten rechts dann die Playlist, oben rechts ein Random Video und links der letzte Podcast. Bedien dich, bedient euch. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht auch ein bisschen zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau.